Dann denkt ja keiner irgendwie, jetzt holt er seine Colts raus, sondern der will einen Furz lassen oder irgend sowas, weißt du? Deswegen? Hab ich auch. Mach Fenster später auch. Machst du so, machst du so. Yes. So, als wenn er deine Colts rausholt. Yay. So. Ah, hat Michael Jackson auch immer gemacht. Okay, ja, sehr gut. So, pass mal auf, jetzt machen wir mal. Es gibt ja den normalen Moonwalk und es gibt den seitlichen, den Michael Jackson immer gemacht hat. Und du lernst jetzt den seitlichen. Okay. Guck mal, erst mal mit deinem Dings kannst du cool so machen. Guck mal auf deine Hände, bitte. Pierre, da fängt es schon an und du fängst auch gleich an, dein Gesicht zu verkrampfen. Jetzt komme ich in Coach-Modus. Bitte, 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 ja. Gib's mir. Wenn du das machst, guck mal, wir tanzen ist ja, reden durch den Körper. Der Körper erzählt eine Geschichte. Und wenn du diese Bewegung machst, ist es ja eigentlich die Aussage, Alter, hier sind meine Colts und ich bin der Coolste. Ich glaube, mein Körper erzählt eine sehr traurige Geschichte. Pass auf, wenn du so machst. Ich glaube, mein Körper ist ja eigentlich die Aussage. Ich bin der Körper. Ich bin der Körper. Ich bin der Körper.